Also, also, also Also folgendes Also folgendes Also kommst du jetzt oder nicht? Also kommst du jetzt oder nicht? Sie mag italienisches Essen, also Pizza, Pasta und solche Sachen. Sie mag italienisches Essen, also Pizza, Pasta und solche Sachen. Er hat Zeit, also kann er uns helfen. Er hat Zeit, also kann er uns helfen.